Ladies und Gentlemen, Willkommen zurück zu Bloodborne. Mein Name ist Enderjack und ich habe beschlossen, dass ich ab und zu mal ein paar Videos mache und entsprechend hochlade. Wir befinden uns im... Ent... Entdingstenkelch. Ihr wisst, das ist das Scheißding. Ein Fluch tatsächlich, ja. Ihr werdet gleich sehen, warum ich sowas kürzen kriege, wenn ich schon daran denke. Ähm... Feedbacks wären nicht schlecht. Aber ich mach das so, wie man jetzt sieht, deswegen... Naja. Vielleicht gefällt es euch vielleicht auch nicht. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. So lange ihr euren Spaß habt, ist alles cool. Na dann. Willkommen im verschmutzten Kelch. Na, was ist denn mit der Lebensleiste passiert? Okay, heute gehen wir... Von hinten... Natürlich. Ihr seht... Sind hier Arschgeigen. Stark. Mies. Heftig. Und ich hasse sie. Jetzt schon. Oh, ernsthaft. Ihr seht, wie viel Seelen die geben. Das ist nicht lustig. Ehrlich, nicht lustig. Schön hier bleiben. Ich hoffe, hier haben wir noch Blutsteinbrocken oder so'n Scheiß. Was war denn das jetzt? Fallen. Ich hab keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Deswegen... Oh, cool. Hier lagen noch Blutechos rum. Ach ja, richtig. Da oben war ja... Ja, ich erinnere mich. So. Eins. Es ist immer wieder interessant. Und es ist ja gerade nur Stufe 4 von 5. Das heißt, da kommt noch was. An Schwierigkeit. Will ich überhaupt wissen? Was ist denn zum Henker? Was ist denn zum Henker? Alter. Warte. Die machen Wahnsinn. Na hab ich da Bock drauf. Ja! Ja! Böhm! Was ist so ein Henker? Was ist diese Huren? Oh Mann. Was ist die Gegner, wenn ich mir eine neue Figur bin? Ich habe keine Ahnung, wo ist die Huren das? Was ist das? Ah, ficken. Schessure